Sollt ihr dann etwas legen? Notiz des Reporters, ok. Das haben wir gefunden. Aber es scheint ja nicht zu übernehmen. Ich glaube, das ist ihm zu viel geworden jetzt. Ne, da gibt es nichts. Achso, eine Frechheit. Ah, nein. Kaputt. Ja. Ja, da muss ich mal schauen, an wo es das liegt. Vielleicht wollte er nicht, dass es im Hintergrund ist. Es kann nämlich auch sein. Aber eigentlich darf er jetzt nichts ausmachen. Aber er zählt halt auch in der anderen Leiste nicht weiter. Also direkt im TikTok Live-Zentrum, äh Live-Studio. Das ist das Komische. Kann vielleicht sogar sein, dass es an TikTok selber liegt. ... Okay. Produktteste, oh. Ja, wenn du so eine Begabung dafür hast. Wieso nicht, ne? Wir gehen mal da lang. Eher ein Fluch. Komm das Geschäftsmodell drauf an, würde ich sagen. Komm. Der bist scheiße. Oh. Oh Gott sei Dank. Das nervt dich mit der Leistung. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja bloß ein Cooldown drin. Das einfach zu viel passiert ist. Weil ich habe nämlich jetzt ins andere Jahr schon wieder neu gestartet. Also an dem liegt es jetzt auch nicht. City Horror. Gibt es da was? Leider nein. Hol da. Ja das war das wo ich einen Neustart gemacht habe. Aber danach hat er wieder nicht weiter gezählt. Fahrradfahren verboten. Fahrradfahren verboten. Zwei Meter weiter steht der Fahrrad. Ja. 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 Und dann hat er direkt das wieder. Jetzt zeigt man, dass es wieder rauf geht. Aber zumindest hast du halt auch jetzt schon ins Stream vor ewig, ne? Du stehst ganz oben. Du stehst ganz oben. Jetzt noch mal rüber. Passt. Ja. 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 Oh, Ordinary City. Ich bin ein Mitglied von STARS. STARS? STARS! Hey, hat jemand da hinten gebrochen? Solltest du jetzt einige Punkte haben. Oh, das sieht schlecht aus. Wir kommen. Bereit! Feuer! Feuer! Schau dich. Jetzt bist du sicher. Alles wird okay sein. 5k hast du geschafft. Yeah. Geil. Zumindest hast du jetzt dann wieder ein paar Punkte zum ausprobieren. Da sieht man es aber wieder. Score funktioniert. Also wird es wahrscheinlich echt an TikTok klingen. Ja, ich habe 10.000 Punkte. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Ich habe ihn ein bisschen übertreiben. Also Jill, hast du entschieden, uns zu helfen? Es sieht aus, als wären wir die einzige, die überleben. Wir sollten zusammenarbeiten. Nein, wir können sie nicht vertrauen. Warum? Nein. Aber Sergeant, wir brauchen ihre Hilfe. Unsere unité sind unter dir, ich, und Lieutenant Michail. Das ist es. Und Michail hat schlecht. Wenn wir nicht kooperieren, wir werden nicht wegwerfen von dieser Mission. Können. Also können wir, wir gehen über unsere Planung. Wir gehen über die Planung. Wir gehen über die Planung. Wir gehen über die Planung. will fly in and pull us out komm Carlos, ich schaff mal locker! Easy peasy! The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. Okay Leute, let's move on! Jeff, put this on! I'm sure I'm pretty sure. Because... If we get rid of it per Abonnent, there is already something. Abonnenten get 50% more coins. Ok, don't forget to say... Weil, wenn du dir ein Geschenk schickst, kriegst du pro Coin 20 oder 30 Kanalpunkte pro Minuten, wo du dabei bist, kriegst du einen Kanalpunkt vom Live teilen, kriegst du nach und auch wieder Punkte und lauter solche Sachen. Also schon fast für alles mögliche. Vielen Dank für den Gartenzwerg, aber deswegen brauchst du nicht extra spenden. Aber vielen lieben Dank. Und übrigens, wenn du Spin eingibst, also Ausrufezeichen, Spin, Leerzeichen und dann eine Zahl, wo du zwischen 20 und 200 eingibst, 200 ist maximale, dann erhöhen sich deine Dinger normalerweise. Was soll ich sagen? Deine Belohnungen, die du gewinnen kannst. Naja, ob Mini oder nicht. Oh, Spin 150. Aber leider sehe ich das, mein Bildschirm ist so klein. Wir haben einzeln die Ranch. Wo war jetzt nicht der Feuerwehrschlag? Hey, wo ist er? Bleibli. Dankeschön. Oh, da liegt auch noch einer. Mann, die hab ich gar nicht gesehen. Hast du gut gemacht. Okay, du bist lieb. Weißt du. Wo war der Gartenschlauch? Dann könnt ihr mal noch etwas anderes ausprobieren. Dass er zumindest mal kurzzeitig voll war. Das er zumindest mal kurzzeitig voll war. Au. Moment. Da nehmen wir den da. Da nehmen wir den da. Das ist ein Dez. Also wenn wir den da sehen. Das ist halt eine Schwerfkrieg. Aber es ist doch etwas mehr. Wir haben uns ja auch viel zu tun. Es ist ja ganz schön. Das ist ja auch der Scheiß. Also in der Schwerfkrieg. Das ist ja der Schwerfkrieg. Das ist ja die Scheiß. Schau gut. Schau mir da noch nach einer da. Eine Bronze-Stein-Döl von Michael Warren. Bürgermeister von Raccoon City. Natürlich druckt er auf, mir wissen wir nicht, was er macht, aber hey! Bronze-Buch. Gott, wann wir ihn jetzt das wieder reinstecken? Prüfe. Im Brunnen in Form eines Buches, darauf steht bekanntes Wissen. Sag mal jetzt voll. Das ist schon schön geil, wenn man ein bisschen so Spielereien im Chat...